das ist ja deswegen steht das bei futur nicht drin ja keine ahnung müssen wir auch irgendwann ein zander hier haben ja unten in der garage drin da kommen auch gerade die max ist raus da unten ist nix ja das steht nicht direkt drin sondern man kann bei der garage noch um die ecke fahren und da steht er direkt unter mir quasi grad muss ich noch mal eine runde fahren meinst du ja also wenn du wegkommen willst solltest du es machen noch mal rein in die gerade in die gute studie ums ne ist ja wo die ganzen gegner rauskommen ja ich schießt man soll überall drauf obola als er in die haben wir von den armen unter unseren leuten naja ein bisschen was naja der tatsache den städten seiten vielleicht sonder war habe ich noch genug geld natürlich noch mal ein panzer holen er war noch halbbreiter panzer bis er dann noch ein bisschen zu bleiben er ist wieder mit der granate jemanden getötet alles läuft heute ja ich bin auch relativ ich bin nur 36 7 was der fuck er dreht sich einfach um und tölt mich ab battle schuss fickt euch doch alter kein witz allein kein leben hat der wichser und klingt trotzdem man schießt battle schuss am fein ist das hier wieder gegen wahn weil ich die abschnitte die abgeschnitten wurden erobert habe was ich weiß es schon immer so gut jedoch weg mit einem scheiß Dinger meine Fresse geht er mehr auf den Sack ich muss das nachladen da sind zwei Sanderer drin glaube ich keine Ahnung links und rechts einer ist geplatzt also der rechts ist da also hier hinten ist auch noch irgendwo ne ist nur ein Schild Regenationsschild komm ich aber nicht hin ach komm da waren zwei ich meine fuck so es ist hier in Ruhe im Schacht und ich bin endlich wieder positiv ich auch eins wir müssen aber noch neun Minuten machen weil wir überzogen haben ich bin viel positiv Worte ja ich denke ich mal ich habe mir einen Panzer wohin gehen wir jetzt Sven Boah Panzer gerettet ich könnte Markus verstärken er wird das mal Punkt ist ich weiß wo ich hinfangen muss Oah lecker ist der richtige Punkt Ne 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 diese Kopfgeld Missionen Regen veröffentlicht werden jetzt eine ganze Übersicht voll und so kommt wirklich zu gar keine davon auch in der Übersicht Emissionsübersicht den als als Vorschläge fast nur noch Kopfgeld mit neuem das wird bei dir auch so sein nicht gut ich bin jetzt gelandet wenn die Auftragsübersicht ist auch trotzdem geht bei der gar nichts ich habe keine Auftragsübersicht natürlich jeder Spieler nicht nicht aber Foto hat so was nicht ich sehe ich habe übrigens mein Halloween Event noch drin sonst habe ich nichts drin das ist ja nicht die Übersicht sondern das sind verfolgte Missionen da stehen ja nicht drin sondern ich bin in der Übersicht bei empfohlenen Missionen und das Spenner wird sich vorjahren mit Schuss ansteht so schön sich die wenn du es geht drückt werden auf Anweisungen mehr danach über sich Kopfgelder so kann man ja auch machen Schaafschütze übersicht werden Hellwien Experte Redergesicht ich sehe gar nichts unten bei empfohlene erfolgt der schrecklich empfohlene Ziele der Früge Achso du hast das Halloween Event noch nicht fertig genau da steht bei dir die Halloween Sachen noch drin ja bei mir steht schon dieses neue Scheißdreck drin was weil ich den Halloween ja fertig habe deswegen steht das bei Futur nicht drin ja weil Futur ein Lappen ist nein Futur zackt einfach nicht nur das Spiel ja ich auch nicht ich zackt das Spiel aktuell am wenigsten von allem was ich spiele ich weiß weil Rocket Leech alt habe ein Suchtspiel habe ich gemerkt ich komme irgendwie nicht zu Markus rüber er spielt er jetzt der Fall der Spornen wieder verlegen und sie haben Panzer den gebe ich nicht auf die Wärts mit hinfahren ja ich muss das auch so rumfahren um den Berg und Rudi am Ende nach und die Piste ach echt muss ich bin hinter dir das nicht wundert ne oh mein Gott sind nicht schlecht gewesen hast du das hinter mir ja sehe ich nicht hier ist schmacht Barney hupen und dann gibt er auf die Fresse Barney hupen und bei mir guter er ja hupen bürger das ist von die hupen so gut dass die Brünste leicht über die Futter er hat sogar denn nur gleich nach der Progutur direkt über der jetzt ist er runtergesprungen hier jetzt ist er da und das war noch irgendwas so der Fall du bist irgendwas womit ich er natürlich leichte was fragst du auch so blöd zu werden weißt das leichte bis gleich und nur noch mal drauf hinweisen die er genauso liebens ist genauso die Frage über die wenn es regnet wird man dann nass so genau so sind wir heute nicht ändern das kann man nicht ändern doch du kannst es nicht ändern dass wenn du draußen unter freiem Himmel stehst und wenn es regnet dann wirst du nass das kannst du nicht ändern aber dass du in Indie ausrüstet das kannst du ändern geht nicht das ist kaputt die Taste ist kaputt verpackt die geht nicht die Maustaste nein das Feld ist verpackt ich kann das nicht machen ich muss mal bei Daybreak anmelden er macht das mal ein Weltmeer bei Daybreak an dass deine Maustaste verpackt nicht meine Maustaste das fällt das ist doch hier aus und bei mir geht das immer nur mit gleich ich habe nur ein Panzer ziemlich leichter bin ach so ja glaube ich ich glaube nur dass du vorhin heavy warst habe ich aber auch kein Panzer gehabt ich war wie viel Alter ich schieße das ganzes Marazin in den Rücken und auch der Kampers Schutzschild verloren ist klar ja hast du wieder nicht getroffen doch musste in der Video sehen die siebte Feuer musst du in der Video sehen auch Fakti das wieder ein B beim im Visier oder ich drücke auch B er will dass ich B drücke ja wollten sie doch auch das sind nicht behindert warum die wollten dass ich B drücke nein die wollten nicht drauf aufmerksam machen dass du vom Boden gelockt wirst wo ist mein Panzer nicht von der Luft wo ist mein Panzer ist der kaputt nein da steht auf der Seite der Base da drücken wir so ach so ich hab mal wenn ich B drücke dann kann ich mich entlassen geht's weg naja das wäre so ultimativ nur jedes Flugzeug das B drückt ist einfach unverwundbar bestimmt guter hätte doch sein können halt die Schnauze dann bei dir ist irgendein Typ ja ich weiß ich such den grad der ist irgendwo da oben ich fahr da mal hin aber irgendwas ist explodiert mein Panzer nein hast du dich auf B gedrückt oder was wie schnell ist ich bin da nicht drin gesessen trotzdem hättest du auf B drücken können fuck you hättest du was geholfen schon wieder tot hättest du auf B drücken müssen dann hättest du überlebt gehst du auf den Sack boah überlebt halt alles ey die scheiß B drücker ey ach so ich ohne scheiße ich hasse die CB drücker auch die kann man einfach nicht töten habt ihr eigentlich mal schon richtig einmal auf die Fresse bekommen ja ich glaube nicht jetzt mal so eine Fliege gegangen und geflogen hat sie ungefähr so angefühlt wie im Boxkampf mit dir boah hart na Bunnyhop Motherfucker Bunnyhopping Hooping dafür ist er auch gesteuert Bunny Hooping okay Markus Lern deine Vokabeln na eben ihr könnt gar nichts ich weiß gar nicht was lernt ihr überhaupt in der Schule seid ihr überhaupt in der Schule oder lernt man sowas auf der Baumschule nicht wir lernen doch Englisch dann ging es doch zu dir ich merke sowas noch nicht drauf oh Granate ne B da ist ne Max BB mein Freund ja bei bei ne bis bald ne bis bald ne ne weil Fu du versteht nichts Englisches pfff du musst ihm immer deutsche Eselsbrücken bauen ja jetzt war es halt auch solche Eselsbrücken wir können das immer hm 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 halte alle 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 ich dann boah naja ein richtiger Säuberung yeah oh 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 er ist aber nicht erwischt fuck nein nein mann den schissen reingeben ist gebunden hier trägt säcke ihr elendigen haben wir weiter zunächst aber zuerst nämlich noch mal ja aber damit schon durch würde ich sagen müssen schon zehn minuten drüber zu viele folgen markus seien geistigen fünfmal hier raus gelassen hat er war null punkte es sind also ihr dann nehmen also der